Der Charakter-Editor von Dragon's Dogma 2 ist absolut gigantisch. Die Community tobt sich gerade aus. Was alles schon an coolen Charakteren erstellt wurde, zeige ich euch in diesem Video. Außerdem möchte ich euch meinen Geralt zeigen und auch Grathos, falls ihr sie nachbauen möchtet. Dranbleiben lohnt sich. Servus, Erweckte! Der Charakter-Editor von Dragon's Dogma 2 ist knapp eine Woche draußen und die Community tobt sich richtig aus. Es werden super coole Charaktere erstellt. Ihr seht hier schon einen kleinen Einblick. Wir gehen gleich im Detail drüber. Auch ich habe schon zwei verschiedene Charakter erstellt. Geralt und Grathos. Die möchte ich euch auch im Detail zeigen, falls ihr sie nachbauen möchtet oder eine Vorlage für euren Charakter braucht. Gleich dazu mehr. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ihr schon gestaltet habt oder schickt mir gerne ein Bild auf Instagram. Ist hier auch eingeblendet. Wäre eine mega coole Sache. Dann kann ich es für die Community für uns reposten. Bin echt gespannt, was ihr schon für Charakter erstellt habt. Oder schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ihr noch vorhabt oder was ihr gerade versucht. Bin ich echt gespannt. Ich habe auch einige Charaktere schon mehr versucht, bin aber dann leider gescheitert. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und schauen uns die verschiedenen Charaktere mal an, was die Community hier erstellt hat. Das erste Bild ist eine schöne Zusammenfassung auf Twitter und ganz oben links ist erstmal der Geralt. Meiner würde ich sagen, sieht so ähnlich aus und ja, mega cool, was alles in diesem Charakter-Editor möglich ist. Auch der Charakter kommt mir hier sehr bekannt vor. Weiß jetzt leider nicht, in welchem Spiel der vorkommt oder vom Namen. Schreibt es gerne auch in die Kommentare rein. Was ich richtig krass und cool finde, ist jetzt hier die Dame von Baldur's Gate 3. Das sieht irgendwie eins zu eins aus. Ich kann jetzt hier nicht auf Anhieb einen Unterschied erkennen. Das ist wirklich mega geil gemacht. Und hier überlege ich, ob ich die Dame auch noch bei mir im Editor erstelle. Und ja, vielleicht dann ins Spiel mitnehme oder vielleicht dann auch einer von euch. Ich muss mal gucken, ob jemand da auch ein YouTube-Video schon hochgeladen hat. Oder ob man das dann hier vom Bild auch nachmachen kann. Ansonsten, Navi ebenfalls möglich. Finde ich echt krass mit der blauen Farbe. Coole Sache. Oder hier zum Beispiel auch auf der linken Seite von Elden Ring. Die Dame sollte man kennen. Auch mega cool gemacht. Wir gehen mal hier nochmal einen Tick weiter. Hier ist sie auch nochmal in groß. Also das finde ich echt schon wirklich richtig gut gemacht. Also heftig, was da die Person designt hat. Ansonsten auch hier nochmal Resident Evil mit dabei. Auch mega cool. Wobei man sagen muss, vom Haarschnitt oder so war es halt sehr easy. Weil es halt ein Capcom-Charakter ist. Konnte man den sehr leicht, würde ich behaupten, machen. Da gab es schon so ähnliche Vorlagen. Aber trotzdem cool, dass das Ganze einfach möglich ist. Und dass man da auch wirklich schöne Gesichter machen kann. Und nicht nur irgendwie ja hässlich. Also Capcom hat das mit dem Charakter-Editor wirklich drauf. Auch hier, er hat noch ein paar Schwächen. Gleich dazu mehr später, wenn ich meine Charaktere zeige. Aber es ist schon wirklich ganz großes Kino. Hier zum Beispiel Panam aus Cyberpunk. Und hier eben in Dragon's Dog war 2 nachgebaut. Und hier hat es auch so von den Haaren einigermaßen gepasst. Öfters passt es leider von den Haaren nicht. Oder hier zum Beispiel fand ich auch echt cool. Einfach der Vergleich mit dem Auge und so weiter. Ja, einfach richtig gut gemacht. Und das hier ist auch echt heftig. Und zwar Arnold Schwarzenegger als Terminator. Kinder da mit dem roten Auge. Und auch, dass das uns, also dann dieser Totenschädel aus Metall durchschaut. Also echt geil. Und hier links ist noch Michael Jackson mit dabei. Fand ich auch mega cool, dass denn hier einer gestaltet hat. Gehen wir nochmal einen Tick weiter. Auch hier lustig einfach den Vergleich zu sehen. Man kann auch wirklich so extrem hässliche Charaktere gestalten. Und hier auch nochmal echt ein anderer Kratos. Das ist echt cool mit Frodo. Argon habe ich schon gesehen. Wäre auch noch eine Option, den zu machen. Weil ich es ein extrem cooler Charakter finde. Gandalf zum Beispiel auch mit dabei. Sollte ich vielleicht auch noch machen. Ein Zauberer passt natürlich perfekt in Dragon's Dogma 2 rein. Und hier haben wir noch Thanos. Ja, hätte nicht gedacht, dass man den gestalten kann. Auch gerade mit diesem Kinn und so. Mega gut gemacht. Und zu guter Letzt hier ebenfalls noch einen Charakter aus Baldur's Gate 3. Auch richtig gut erstellt. Und es gibt bei weitem noch mehr. Nur habe ich leider auf Twitter jetzt leider nicht mehr gefunden. Aber vielleicht habt ihr es schon auf TikTok und so weiter gesehen. Da ist wirklich gerade einiges an Content, was die Leute hochladen. Ich bin echt gespannt, was wir noch in den nächsten Tagen an Charakter sehen werden. Der Charakter-Editor ist auf jeden Fall richtig cool. Und ich freue mich mega auf den Release. Noch knapp über eine Woche. Und dann können wir alle zusammen loslegen. Und ich freue mich mega, richtig viele Videos für euch rauszubringen. Ich hoffe, das holt auch so ein bisschen Monster Hunter-Feeling raus. Weil ja, der letzte Monster Hunter-Teil ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger her. Bevor ich euch zeige, wie der Geralt von mir aussieht, aber auch der Grathos, gibt es ganz kurz die Info zu meinem Partner, falls ihr Dragon's Dogma 2 günstiger vorbestellen möchtet. Zum Beispiel auf der Playstation könnt ihr gerne vorbeischauen. Da gibt es zum Beispiel die 75er-Guthaben-Karte für 61,99, also 17% Rabatt. Oder zum Beispiel auch die 100er-Karte bekommt ihr ein bisschen mehr. Aber für den Preis von 85,79 Euro, falls ihr die Deluxe-Version holen möchtet. Ist jetzt hier 14 Rabatt. 14% Rabatt. Gibt auch viele andere Karten, wo ihr bis zu 17% Rabatt holen könnt. Und auf PC könnt ihr ebenfalls vorbestellen, bis zu 32% günstiger bei der Standard Edition europäische Version. Wer über die Links in der Videobeschreibung einkauft, kann mich unterstützen. Ich danke euch für eurem babamäßigen Support. Weiter geht's mit meiner Geralt-Variante. Und ich werde mal ganz kurz reinschauen, wie viele Spielstunden ich mittlerweile in dem Editor drin habe. Bin ich echt gespannt. Also 5 Stunden kann ich mir wirklich... 11 Stunden. Alter Schwede. Das ist natürlich schon richtig krass. Was auch mega cool, dass Capcom das vorab veröffentlicht hat. Weil, ähm, ja, zu Release hätte ich mir da gar nicht so viel Mühe gegeben. Ähm, sondern wäre dann direkt ins Spiel reingestartet. Hier haben wir den guten Geralt. Ich habe ihn erst selber designt. Dann habe ich noch ein Bild auf Twitter gesehen und den so ein bisschen angepasst. Habe ich ziemlich ähnlich getroffen. Und, ähm, falls ihr eben auch als Geralt rumlaufen möchtet, dann könnt ihr einfach die Einstellungen übernehmen. Vielleicht selber noch ein paar Regler rumschieben. Und, ähm, ja, mega cool. Und das wird auf jeden Fall mein Hauptcharakter in, ähm, Dragon's Dogma 2. Wir, äh, beginnen einfach, ähm, bei der detaillierten Anpassung. Da seht ihr dann alles auch von der Körpergröße her, welche Einstellungen ich vorgenommen habe. Dann natürlich dann auch gleich vom Kopf. Wir könnt auch immer einfach kurz Pause drücken, anhalten. Und dann könnt ihr das easy übernehmen. Hier habe ich die Kopfgröße dann angepasst. Ansonsten, die Schulterbreite war natürlich dann auch wichtig. Trapezmuskel, die Brustdicke, dass sie ja dann auch von der Größe einfach passt, wie er eben aussieht. Von den Schultern her, von den Unterarmen, Oberarme kann man wirklich alles richtig cool anpassen. Unterkörper, ja, gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, relativ schlichter gehalten. Ist jetzt aber auch weiters nicht schlimm. Körperhaltung, ein bisschen rumgespielt, aber, ja, bewegt sich der Gerald so? Man weiß es nicht. Da könnt ihr natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Auf jeden Fall läuft er hier nach vorne und nicht irgendwie komisch. Ansonsten, Basiskopf Nummer 18 habe ich hier verwendet. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich kann hier nochmal einen Tick weiter ran zoomen. Die Haut war echt schwierig. Grundstil 36. Das ist einfach hier von den Proportionen hier passt. Oder auch hier in dem Bereich, dass wir auf jeden Fall Falten haben. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Hautstil und dann auch die Hautfarbe in Kombination gut hinzubekommen. Er könnte ein bisschen weißer sein. Geht leider nicht. Das ist wirklich das Maximale, was ich da rausholen konnte. Ansonsten bei den Augenbrauen sehen die Einstellungen wie folgt aus. Auch sehr wichtig Augenbrauen, muss man ehrlich sagen. Wie sie angeordnet sind, dass eben Gerald hier seinen Look bekommt. Da kann man auch einiges falsch machen. Genau das gleiche natürlich auch bei den Augen, dass die auch richtig sitzen. Eher etwas weiter oben, etwas weiter hinten, dass es einfach diesen Gerald Look bekommt. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile gefällt mir der Charakter schon richtig gut. Nase ist natürlich auch sehr wichtig bei Gerald. Ja, dass sie eben aussieht wie er, also auch eher spitz. Finde ich auch nicht schlecht getroffen, wie die Nase aussieht. Dann bei den Ohren ist es natürlich jetzt, ja, kleinere Ohren hat Gerald jetzt nicht wirklich was Besonderes. Aber natürlich auch geschaut, dass es ähnlich aussieht. Ich habe mir mal zwei Bilder neben dran gelegt. Einmal von vorne, noch einmal von der Seite und dann noch das Bild, was ich auf Twitter gefunden habe. Ansonsten Wange auch sehr wichtig. Gerade hier wegen den Wangenbreiten, wie weit der Knochen da eben rausschaut. Um eben dann auch die Optik von Gerald hinzubekommen. Auch der Mund ist natürlich wichtig. Eher dünnere Lippen, auch eher etwas runtergezogen. Und von der Größe würde ich jetzt sagen Standard. Und sehr wichtig ist zum Beispiel auch der Unterkiefer, dass das einfach hier auch von den Proportionen passt. Dass es einfach nach Gerald dann aussieht. Machen wir dann weiter mit dem nächsten Reiter und zwar Frisur. Könnt ihr ein paar nehmen, finde ich. Die sah aber jetzt hier wirklich am besten aus. Es gibt aber auch noch eine weitere Frisur, die man zum Beispiel nehmen kann. Ich habe dann ein bisschen dunklere Haare genommen und beim Ansatz unten ein bisschen heller. Und habe dann auch ein bisschen Glanz mit eingebaut. Da könnt ihr natürlich auch noch variieren. Was zum Beispiel von den Haaren, finde ich, auch funktioniert, ist zum Beispiel die Frisur. Finde ich so eine ähnliche gibt es auch im Spiel von Witcher 3 zum Beispiel. Könnt ihr natürlich noch selber durchschauen. Ansonsten von den Augenbrauen ist die 5er Variante geworden. Dann in Schwarz die Dicke ein bisschen reduziert, dass es nicht ganz so aufträgt. Die Augenbrauen sind auch ein bisschen dunkler als der Bart oder als die Haare. Das ist auch im Spiel so. Und vom Bart bin ich hier auf die 8er Variante gegangen. Passt da einfach mit dem kurzen, stoppligen Bart. Was man aber auch machen könnte, ist eventuell, hoppla, den nicht, ist noch die Variante zu nehmen. So eine ähnliche gibt es dann auch hier eher die auch nochmal bei Witcher 3. Und natürlich auch noch andere Varianten. Da seid ihr natürlich komplett frei. Körperbehaarung habe ich nichts. Geralt hat bei Witcher 3 keine Körperbehaarung. Deswegen habe ich das Ganze ohne gelassen. Und wir machen dann weiter beim Make-up. Und natürlich jetzt ganz oben bei den Augen. Ist ein bisschen schwer, muss man sagen, bei den Augen. Klar, man kriegt das mit der Propelle nicht hin, dass sie eben so schlangenartig ist. Wäre cool, wenn der Charakter-Editor sowas noch gehabt hätte. Und man kriegt es leichter auch nicht so leuchtend hin, wie beim Original. Richtung Gelb geht es auf jeden Fall. Aber ja, Geralt hat natürlich krassere Augen als jetzt hier im Charakter-Editor. Kann man aber leider nicht ändern. Ansonsten hier Wimpern habe ich so ein bisschen länger genommen. Könnt ihr auch nochmal selber ein bisschen rumprobieren. Ich finde, es sieht aber nicht schlecht aus. Sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr von der Seite. Ist auch nur ein kleines Detail. Okay, dann Lidschatten habe ich mit dabei. Fand ich auch wichtig, weil die Augen dann nochmal ein bisschen betont werden. Also jetzt nicht stark. Das ist nur ganz leicht und eher so ein bisschen in die rötliche und dunklere Richtung. Dass es einfach, ja, ein bisschen tiefer sozusagen dann aussieht. Ein bisschen fertiger. Der Geralt eventuell kann man natürlich auch weglassen. Das gleiche auch. Ne, Eyeliner habe ich sogar weggelassen. Hatte ich auch mal rumprobiert. Scheinbar jetzt hier in der fanalen Version ist kein Eyeliner mit dabei. Ihr hättet die Augen nochmal auch ganz, ganz, ganz leicht dezent betont. Könntet ihr natürlich noch mit reinmachen. Noch versuchen, ob ihr da noch was Cooles eventuell schafft. Sonnensprossen sind auf jeden Fall aus. Bei den Wangen habe ich ebenfalls noch ganz leicht was drauf gehauen. Und ihr seht die Deckkraft 16, dass es hier noch ein bisschen von der Farbe einen Unterschied bekommt. Ist aber wirklich ganz, ganz leicht. Könntet ihr auch gerne übernehmen. Die Zähne natürlich jetzt hier nichts Besonderes. Ach nee, sorry, das sind noch die Lippen. Da habe ich natürlich jetzt nichts gemacht. Weil, ja, der männliche Charakter passt jetzt hier ohne Lippenstift. Aber bei den Zähnen habe ich ein bisschen, kleinen Tick dunklere Zähne genommen. Könntet ihr natürlich auch heller machen. Oder eben vielleicht ein Zahn ziehen. Wie ihr es natürlich möchtet. Finde ich echt lustig, dass es da die Möglichkeit gibt. Und dann zu guter Letzt kommen wir noch zu den Narben. Die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Die zeige ich euch kurz. Das ist jetzt hier die obere Narbe auf der linken Seite. Also die hier, wo er hat. Finde ich, die habe ich auch ganz gut getroffen. Von der Proportionen her. Nicht ganz so gut ist die auf der rechten Seite. Aber das schafft man leider nicht besser, meiner Meinung nach. Die ist eigentlich noch mal ein bisschen mehr. Wie soll ich sagen, grumm. Aber das ist leider im Charakter-Editor nicht ganz möglich. Aber es sieht trotzdem, finde ich, nicht schlecht aus. Und ich habe natürlich dann auch noch mal ein paar andere Narben auf den Körper hier verteilt. Auf der Brust kann man leider nicht mehr machen. Weil schon alle im Gesicht sitzen. Das ist ein bisschen schade. Hier schwächelt der Charakter-Editor ein bisschen. Aber die Narben auf dem rechten Arm. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das sind. Das sind doch, das sind, also das hier ist der, genau, das ist der rechte Arm. Habe ich einmal hier unten eben am Unterarm so, wie soll ich sagen, Kratzer reingemacht. Von irgendeinem Tier. Also Gerhard hat ja sehr, sehr viele Narben. Da könnt ihr gerne auch noch selber rumprobieren. Dann hier oben nochmal eine Narbe. So eine ähnliche hat er auch. Auf jeden Fall sieht man vorne nochmal was. Gehen wir noch ganz runter, dass ihr hier komplett alles seht. So sieht die andere Narbe aus. Wäre echt cool gewesen, wenn man hier noch eine Narbe mit diesen drei Strichen hätte machen können. Aber dann müsste man eine Narbe aus dem Gesicht wegnehmen. Ansonsten Narben beim linken Arm sehen, wie folgt aus. Also oben noch hier so eine Narbe habe ich dran gemacht. Jetzt beim Bizeps. Und unten habe ich dann ebenfalls nochmal ähnlich, ja, unten nochmal so ein paar Kratzer reingemacht, dass der Gerhard halt, ja, man merkt, dass er eben gekämpft hat gegen ziemlich viele verschiedene Monster. So, hier seht ihr auf jeden Fall nochmal alles. Ihr könnt gerne immer Pause klicken und dann einfach die Einstellung 1 zu 1 übernehmen. Und ansonsten beim Bein ebenfalls noch ein paar Narben. Hier, die hätte ich halt gerne wirklich irgendwie hier oben an der Brust links oder rechts gehabt, wo er es eben auch hat. Das wäre wirklich schon eine mega coole Sache. Ich habe es jetzt einfach aufs Bein gepackt. Ich weiß auch gar nicht, ob Gerhard jetzt an den Beinen so viele Narben hat. Aber ich fand es einfach passend, weil der Oberkörper extrem viele Narben besitzt. Gehe ich davon aus auch, dass die Beine im Barschrahmen abbekommen haben. Gehe hier noch auf die untere Narbe. Könnt ihr auch gerne so dann übernehmen. Ist dann jetzt unterhalb des Knies, geht bis ins Schienbein runter. Wir sind ebenfalls nochmal Kratzer. Und dann auf der anderen Seite habe ich hier auch im Knie, geht die Narbe nach hinten hoch. Narbe Nummer 7 verwendet. Und dann auf der Rückseite habe ich dann hier eben auch noch bei der Warde eine Narbe platziert. Und das ist im Endeffekt der Gerhard. Ich muss ehrlich sagen, er fällt mir mittlerweile richtig gut. Ich werde hier auch nichts mehr verändern, weil da sind schon wirklich sehr viele Stunden reingeflossen. Und wenn, kann ich nur ganz, ganz kleine Änderungen anpassen. Aber allzu viel funktioniert hier nicht mehr. Weiter geht's mit meiner Gratos-Variante. Hier bin ich auch wirklich sehr lange dran gewesen, habe vieles versucht. Man kriegt ihn leider nicht zu alt hin, nicht zu weiß hin. Da hat der Charakter-Editor leider seine Schwächen. Ist jetzt hier mein Hauptvasal. Und wenn ich jetzt keinen besseren Charakter gestalte, designe, werde ich den eben als Hauptvasal nehmen. Den könnt ihr dann bei euch auch ins Spiel holen. Finde auch für den Armen gar nicht so schlecht. Mit seinen Ketten, die er da immer rum hat, hat er ja an der Stelle Narben auch von der Bemalung. Hab da auch so ein ähnliches Bild auf Twitter gesehen und hab da dann die Bemalung übernommen, weil die am nächsten rankam. Und wir beginnen jetzt einfach, ihr seht hier die Körpergröße mit 215 maximal. Ob es eventuell ein bisschen zu groß ist, kann ich euch nicht sagen, weil ich ja nicht im Spiel jetzt in-game schauen kann. Eventuell ein bisschen kleiner nachgestalten. Falls ihr das Ganze möchtet, vielleicht auf 1,90 oder so. Ihr seht das dann auch im Menü 1 dahinter, dass er schon ziemlich groß wirkt gegen andere Charaktere. Ansonsten hier beim Kopf wichtig bei Gratis. Er hat einen sehr hohen Kopf, dadurch ist er auch eher etwas schmaler. Auch vom Gesicht eine sehr hohe Stirn. War immer auf den Wallpapern. Habe ich versucht nachzumachen. Ihr seht hier auch die Seite mit der fetten Haken-Nase. Oberkörper natürlich wichtig. Maximale Schulterbreite. Schultergröße mit dabei. Brustdicke. Das ist einfach zu Gratis passt. Das ist ja sehr muskulös. Kann man vielleicht auch im Detail nochmal anpassen, falls er für euch eventuell ein Tick zu viel Muskeln besitzt. Unterkörper ist natürlich schwierig. Da hätte ich mir auch selber ein bisschen mehr gewünscht, dass da mehr geht. Dass die Beine ein bisschen mehr muskulös aussehen. Ist jetzt hier nicht wirklich möglich im Editor. Aber Beine sind jetzt auch nicht so wichtig. Ansonsten der Bewegungsstil von Gratis ist in Ordnung, würde ich sagen. Bewegt sich normal. Dann Basiskopf ist 18. Den ihr nehmen könnt, dass ihr hier so dieses ähnliche Gesicht, Grundgesicht schon mal bekommt. Und bei der Haut ist es wirklich sehr schwer. Ich habe die 38er Haut genommen. Gerade wegen hier diesen markanten Marken, die Gratis eben auch hat. Den Falten. Eigentlich hat er noch mehr Falten auf der Stirn und so weiter. Aber leider in Kombination ist das nicht möglich. Auch nicht mit der Hautfarbe, weil es dann einfach, dann wird Gratis einfach viel zu dunkel. Hier ist es schon relativ dunkel. Eigentlich ist Gratis deutlich weißer. Aber das bekommt man leider im Editor nicht hin. Falten habe ich maximal hochgezogen. Augenbrauen auch wichtig. Auch etwas schwieriger meiner Meinung nach bei Gratis. Die sehen jetzt so aus. War das Beste, was ich rausholen konnte. Wichtig ist auch die Augenbrauen ein bisschen runter zu ziehen. Dass er diesen grimmigen Look bekommt, wie man ihn eben kennt. Augenform sieht wie folgt aus. Auch eher etwas kleinere Augen. Und auch etwas weiter höher gesetzt. Dass er eben, wie gesagt, grimmiger schaut. Und auch deutlich weiter drinnen sich die Augen von ihm befinden. Ansonsten die Nasenvariante. Auch natürlich ein Thema. Finde ich, habe ich ganz gut getroffen mit der gewölbten, runtergezogene Nase. Die Nasenflügel weiter nach oben. Dass man dann eben ja die ähnliche Nase von ihm sieht. Ohren, ja, könnt ihr natürlich so übernehmen. Ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Versucht auch die Ohren eben anzugleichen. Auch von der Größe ungefähr. Dass es einfach stimmig und passend wirkt. Dann leider auch hier wieder bei den Wangen gibt es ein Problem mit dem Charakter-Editor. Der Geralt hat, äh, der Geralt. Der Gratis hat eigentlich noch viel weiter die Wangen nach oben. Bis jetzt hier in die Schläfe irgendwie hoch. Also der ist da oben schon ziemlich breit. Tritt man leider hier mit dem Charakter-Editor nicht weiter hin. War das Beste, was ich hier rausholen konnte. Vom Mund her finde ich, ist es sehr stimmig mit dem Bart. Dass die Unterlippe eben rausschaut. Auch von der Größe, von der Variante her. Und, ähm, beim Unpark-Kiefer. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Würde ich euch aber empfehlen, auch diese Einstellungen zu übernehmen. Gerade, wenn ihr vielleicht auch nochmal einen anderen Bart spielen möchtet. Bei den früheren Teilen hat der Gratis einen anderen Bart gehabt. Wie jetzt in den zwei letzten. Dann von der Frisur. Natürlich ganz klar. Wir haben eine glatze, also gar keine Frisur. Augenbrauen von der Stufe 5. Mit der 68er Dicke. Ja. Ansonsten beim Bart habe ich den 6er Bart genommen. Äh, ist nicht 100% gleich. Weil er hier leider, ja, diese, wie soll ich sagen, diesen Schnauzer sehr runter hat. Das hat er normalerweise nicht. Es gibt aber meiner Meinung nach keinen besseren Bart. Außer eventuell einen von den früheren Teilen. Aber, ähm, diesen krassen Vollbart, wie man ihn aus den letzten zwei Teilen kennt. Den gibt es leider in Dragon's Dogma 2 nicht. Ansonsten jetzt hier von der Körperbehaarung auch nichts. Ähm, er ist nicht behaart. Dann, von den Augen her, habe ich die grüne Variante genommen. Ich habe auch mal einen Wallpaper mit gelben Augen gesehen, ja. Ähm, aber ich habe jetzt hier die grüne. Grüne Variante genommen. Ist soweit. Okay. Ähm, Wimpern habe ich ein bisschen längere genommen. Kann ich hier einmal kurz drauf gehen. Ist die Variante 2. Ansonsten Lidschatten ebenfalls mit dabei. Variante 2. Aber auch nur ganz dezent auf der Deckkraft 32. Ähm, einfach, dass die Augen so ein bisschen dunkler wirken. Er so ein bisschen fertiger, älter aussieht. Kann man natürlich auch weglassen. Aber ist wirklich nur ganz, ganz dezent gehalten. Eyeliner habe ich nicht drauf bei Grathos. Sommersprossen auch nicht. Dann die Wange ganz leicht betont. So ein bisschen heller die Wange, äh, gemacht. Seht ihr hier mit der 70er Stufe. Aber jetzt auch nur eine Deckkraft von 43. Also man sieht es jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie so Rouge an den Wangen oder so hat. Ähm, aber dass es einfach nochmal vielleicht so ein Tick heller das Gesicht dann wirkt. Wie es bei ihm eben auch ist. Ansonsten, ähm, Lippenstil 1. Der hat auf jeden Fall keinen Lippenstift dabei. Zähne, ähm, weiß gelassen. Alle Zähne drin. Könnt ihr natürlich auch hier wieder ein paar Zähne ziehen. Und sehr wichtig sind natürlich die Tattoos. Man kann es natürlich leider mit so einem, äh, Zacken nicht nachmachen. Das Beste, was ich wirklich jetzt hier gesehen habe, ist im Endeffekt die Variante. Könnt ihr gerne so übernehmen. Ich scroll mal ganz kurz runter, dass ihr es auch noch unten komplett seht. Bis zur 32. Man kann eventuell das Tattoo nochmal ein bisschen weiter hochsetzen. Das werde ich glaube auch machen. Das fragt ein bisschen zu weit runter im Bart, sehe ich gerade. Also kann man nochmal einen Tick weiter nach oben nehmen. Dann unten das zweite Tattoo auf der Brust. Der, der, wie soll ich sagen, der Strich geht eigentlich weiter hier Richtung Schulter. Aber das ist leider auch jetzt im Charakter-Editor nicht möglich. Das Beste, was ich hier rausholen konnte, war mit dem 65er Tattoo. Aber finde ich wirklich vollkommen in Ordnung. Man merkt auf jeden Fall, dass es hier ein Gratos ist. Dann gucken wir von den Tattoos, habe ich noch eins auf den linken Arm platziert. Seht ihr hier. Ist natürlich auch nicht 100% gleich. Von vorne sieht es aber wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und ich finde, es ist auch stimmig. Auch von der Farbe her ist es eigentlich noch ein Tickröter, Hellröter. Aber ist leider auch jetzt hier im Charakter-Editor nicht möglich, da noch ein helleres Rot als Tattoo zu verwenden. Dann natürlich ganz wichtig sind auch die Narben. Eine Narbe hat er hier im Auge oder auf dem Auge. Die finde ich ist gar nicht schlecht gewählt. Kommt sehr nah an diese Original-Narbe heran. Seht ihr die folgenden Einstellungen. Und viele Narben habe ich natürlich auf die Arme platziert. Also unten immer zweimal dasselbe Design sozusagen, dass man eben rundherum diesen Look bekommt, als wären da seine Ketten gewesen. Fand ich so am passesten. Ist natürlich jetzt hier kein Kettenabdruck, aber es kommt auf jeden Fall in die Richtung. Hier unten nochmal genau das gleiche Tattoo, nur ein bisschen anders eben gedreht, dass es eben rundherum aussieht. Und genau dasselbe wirklich auf der anderen Seite. Wir können da kurz drauf gehen. Hier seht ihr die Narbenposition. Auf der anderen Seite hat im Endeffekt hier den gleichen Look. Es geht auch leider nicht komplett rum, aber im hinteren Bereich sieht man es wahrscheinlich eh nie. Es geht, wenn vorne. Und meistens wird Kratos wahrscheinlich eh komplett angezogen sein. Außer man kann vielleicht auch die Brust eventuell, also die Brustpanzer ausblenden lassen im Spiel. Das weiß ich nicht. Dann sieht man vielleicht auch den Oberkörper. Ansonsten hat er eine Rüstung an. Und ja, das meiste ist dann bedeckt. So sieht er hier mit der Rüstung aus. Und das war's. Ich glaube, unten hatte ich keine Narben. Nee, hier unten hatte ich dann nichts mehr weiter designt, weil ich einfach nicht weiß, ob Kratos unten an den Beinen vernarbt ist. Wichtig ist noch ein Punkt, und zwar bei beiden Charakteren hatte ich gerade Linik, dass er eben eher etwas impulsiv ist und voll den Nervenkitzel mag. Finde ich, das passt auch zum Geralt. Passt natürlich auch zum Kratos, sogar noch mehr zum Kratos. Und das waren meine zwei Charaktere. Bin gespannt, was ihr zu den ganzen Sachen in den Kommentaren reinschreibt, zu den Charakteren. Ich hoffe, ich konnte euch da was Cooles zeigen, eine Vorlage bieten. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mehr Videos zu Dragon's Dogma werden in der Zukunft rauskommen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis dahin. Was ist da, ?